So, beim Aufwärmen werden ganz einfache Übungen gemacht, wie das Armkreisen, das Gewichtverlagern und der Walking-Schritt. Wir beginnen mit dem Arm. Setz die Zehenspitze immer schön vorne ab und wir beginnen mit dem ersten Element. Die Knie gehen hoch, zieh die Knie nach oben bis auf Hüfthöhe und dein Fußgelenk bleibt ganz locker. Nimm dann die Arme auf Schulterhöhe und die Arme gehen hoch, hoch, zieh die Arme nach oben, aber lass die Schultern dabei ganz weit nach hinten unten gezogen. Nimm noch einmal ein Bein in die Trampolinmitte, stütz die Hände in den Hüften ein und wir strecken jetzt ein Bein seit. Nimm dann gleich den diagonalen Arm dazu, dein Daumen seit nach hinten und die Schultern sind tief. Auch hier achte wieder auf die Körperspannung, vor allen Dingen in der Mitte. Sehr gut. Und dann kommt Tee und hoch, Tee und hoch. Achte darauf, dass deine Knie hinter den Zehen bleiben, dass du deinen Po weit zurücksetzt. Weit nach hinten. Leg dich einfach ganz bequem auf dein Trampolin ab, nimm mal deine Arme weit hinter deinen Kopf und lass die Beine am Boden ausgleiten. Streck dich richtig lang, zieh dich erst mal zur einen und dann wieder zur anderen Seite. Entspann deinen ganzen Körper, bring deine Arme wieder nach vorne und zieh jetzt nur mal dein rechtes Bein zum Körper.